Hallo, Videoclip! So, so. Kultisten! So, so. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht noch mal enttäusche. Okay. Dann würde ich sagen, räumen wir doch jetzt mal ein paar Kultisten weg, ne? So, ich bin Level... 24, okay. Dann suchen wir uns mal die kleineren raus. 20, dann machen wir den. Was finde ich denn jetzt irgendwo auf der Karte? Ich wohne mir zuerst natürlich hier gegen. Versteht sich auch mal selber, dass ich jetzt bloß die Aussichtsplattform holen, dann töte ich mal ein paar Kultisten, weil ich brauche, teile ich nur meine Schmerzen, weil ich schaffe das heute noch. Einfach mal im Speer nochmal zu verbessern. Um mächtiger zu werden. Ein bisschen unbesiegbar. Da gibt's eigentlich viele Schiff-Update, das ist nicht so ganz mal. Da gibt's Sachen, die machen mehr Spaß. So. Die. Wieder mal eine Schnellreise freigeschaltet. Und die sind hier noch mal verpasst. Und so können wir? Okay, jetzt bin ich sehr schön. Und das sind die von der Karte. Kultisties Hier ist ein Kultist Stufe 22 Ich muss mal auf den Mach ich mir den als erstes Weil hier kann ich ja schnell reisen Ich muss irgendwo hin Wo ich halt relativ nah rankomme Also dass ich nicht immer ewig rumreisen muss Und dann schauen wir mal Wo der sich aufhängt Ich bin sehr gespannt Du, 900 Meter? Na ja Wieder Hab also ein Kilometer zu Fuß Rentier in zwei Minuten Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts Schatze Und hier oben in den Bergen Soll ich den gerade hier bimmeln hören Komm schon Los 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 Musst du das Zeug mitnehmen, wenn ich sehe Was? Du Das Pferd kann das Habs extra trainiert Also Ich war zu schnell unterwegs Ich hab nicht gesehen, was ich einseitig hätte Zu ganz die ganze Zeit drauf Wo wohnt denn die gute Frau? In der Höhle? Ok Warum? Kann ich den nicht von hinten ertäuschen? Oh! Warum macht der Kultist gemeinsame Sache mit den Viechern? Ich bin der Kultist Oh, 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 meine Fresse. Helm der Unsterblichkeit, okay. Was ist denn der Helm der Unsterblichkeit? Okay. Ja, die macht vor gemeinsamen Sachen mit dem B. Hier. Damit könnte doch niemand rechnen, ne? Ich zum Beispiel nicht. Das arme Küchen. Okay. Die ging schnell, der Bär nicht. So, wo ist denn mein nächster Kulti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti. Komm schon. Was ja der Bär war, hart im Leben, ja, aber ja, es geht. Aufsichtsplattform muss ich einfach annehmen, das geht nicht anders. Oh, oh. Da. Führt, kann das. Okay, ich hab' nicht geparkt. Templer, Gürtchen. Okay, das sollte ich doch. Haben die auch einen Bär? Was haben die nur mit ihren Bären hier die ganze Zeit? Ich bin weg. Ich wollte auf den Bär eindrischen. Und nicht auf die gute Frau hier. Ich kann die mir ja jederzeit wiederholen. Ich habe eins hier synchronisiert. Okay, suchen wir uns die nächste. Oder den nächsten Kandidaten. Hm, hm, der Bär. Oh, ja. Boah. Könnt der Bär nicht gegen den anderen Bär? Der war sober. Boom. Ich glaube sie noch mal gegen den Bär. Oder in dem Botch. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ich glaube sie werden. Ich glaube sie werden. Okay. Moment. Okay. Das war cool. Ich hab da irgendwo noch mehr. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Was ist hier so ein Opferding hier? So ein Opferding. Opferstelle. Ich hab da irgendwo das Blütenhörn. Antike Tafel finden. Okay. Okay. Nämlich immer die da oben, ne? Ja. Kletter halt nicht da hoch, sondern spring da neben. Wir legten da oben eine Tontafel ab, ne? Also, die Tontafeln brauche ich für mein Schiff. So. Schön. 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 So. Wo ist denn die nächste... Hier. Da müsste ich schon über das Schiff... Was sind wir hier drüber? Ne? Okay. Boah. Der Schatz fehlt noch. Hoppala. Dankeschön, du. Hoppala. Wo-oferס? Ja. Ich wollte jetzt hier hin und ich bin nicht am Boot oder so. Wenn ich wird das ein sehr langer Schwimmweg auf die Insel rüber. Alles für den Spiel her. Schöligon, Schöligon. Schöligon. Nimm es jetzt, der Blitz. Ich würde mich nicht so nennen. Ah, hier war ich. Ich habe mich mal gewürtet, ich erinnere mich. Ich wollte nur ein Schiffchen um da rüber zu gehen. Ach, ist mir jetzt egal. Ach, da kann ich rüber schwimmen, ne? Ah, da drüben ist ein Schiffchen. Wenn es Angst ist, was ich benutzen kann, dann planche ich einfach rüber. Das ist ein bisschen zu groß für mich, ne? Kann ich nicht klauen, oder? Äh, so ging es so aus. Okay, dann schwimme ich kurz. Ist ja nicht so weit, ne? Ah, da bin ich mal gespannt, mit was die sich da aufhören. Da drüben steht ein Schiff, aber auf der Seite nicht. Ist ja immer so, ne? Hm, hm, hm. Auch meine ganzen Blut von sich abwaschen hier. Blaue Typen, da hatte ich ein bisschen Abstand. Die will ich gleich schon wieder umbringen. Die nehmen sie mal zu ernst und das Kopffeld wird dann gleich erhöht. Oh, da bin ich mal gespannt, mit was die sich hier abgibt. Mit Krudilen oder so. Wer weiß. Gibt es das Synchro-Ding, was ich synchronisieren kann? Sieht nicht so aus. Oh, hier gab es ein Schiffs-Dock. Dann sollte ich da drüben nachher hingehen, dass ich da dann hinreißen kann. So, auf was habe ich mich denn jetzt hier eingelassen? Wow. Ich überlege gerade, ob ich nur die umbringen soll. Könnte aber ein bisschen schwer werden. Dann versuchen wir das mal beim Nachbarn. Dann könnte ich es vielleicht schaffen, dass ich bloß die umbringen muss. Und dann könnte ich ihn abhauen. Oder nicht sehr viele mit ihm. Was ist denn das da? Was ist denn das da? So. Tod bestätigen. Äh, schon falscher Knopf. Verpasst euch. So. Huh? Ich geh mal kurz. Wuhu. Naja. Ich muss ja bloß den Tod bestätigen. Hoppala. Hat nicht... Oh, ich bin nicht aufgeladen. Alter, jetzt hat das nicht... Ich will doch nur an die Leiche. Ich bring die jetzt echt alle um. Ich will nur an die Leiche. Oh, das ist jetzt... Dankeschön. Oh, du guckst den Schatz. So, dann auf zum Dorf. Die Typen umbringen ist nicht so schlecht, aber die sind halt immer in so netter Gesellschaft die ganze Zeit. Ja, kletter doch mal da hoch jetzt. So. Jetzt will ich kurz hier rüber. Zum Schiffstock. Und dann kann ich auch da jederzeit einfach schnell hinreißen. Und dann gucken, wo ich die nächsten Kultisten finde. Salamis! Oh, jetzt habe ich Hunger. Mist. Schöne, saftige Lärmung. Okay. War das gute Schiff jetzt auch schon mal hier? So, wo gehe ich jetzt hin? Lass mal gucken. Wo ist der nächste Kulti? Kulti. Hier muss ich hin. Na gut, dann würde ich sagen, ich reise hier hin. Ich glaube, ich muss auf dem Schiff dafür sein. So, wenn ich auf dem Schiff bin, kann ich doch auf andere Docks hinreißen, ne? Nö. Ich muss... Muss ich das Ruhe übernehmen? Kann ich jetzt an andere Docks hinreißen? Nö. Okay. Ich will dorthin. Dann würde ich sagen, ich reise hier schnell hin. Dann latsch ich gleich da rüber. Oh. Bin ich jetzt vor der Höhle oder in der Höhle? Dann sollte ich in der Höhle. Wo maus? All den Kultisten. Steht da oben einer mit dem Sperren. Wartet auf mich. Was ist das? Ist das... Mhhh... Mhhh. Mhhh. Ach, ein Fuck. Das ist Wildspeil. beim schild war auch nicht schlechte der gedanke ich greife dich auch nicht an einfach bleiben lassen das sollte das doch okay da hole ich hier noch kurz beim schiff lehr dann finde ich mal raus wo die da lebt da mit einem unbekannten bla bla so markieren wir es einer noch nicht so altbekannten ja keine ahnung Ich weiß nicht, dass da vorne ist. Für Reisegeschwindigkeit. Oh, scheiße. Okay. Nein. Und rein damit! Sie kommen direkt auf uns zu! Feuer, Feuer, Feuer! Alter, Fotomodus ist das Schlimmste, was... Alter, Fotomodus ist das Schlimmste, was... Feuer, 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 Feuer! Okay. Was, was, was? Was ist jetzt los? Seht ihr noch irgendwas, wo ein Spiel hängt? Ah... Hört ihr das? Hallo! Also... Das Spiel hat sich aufgehängt. Ahhhh... Heute ist im Mond. Ja, ich würde mal sagen, dann... beende ich mal diesen Stream. Nächstes Mal geh mal jagen weiter. Also... Ich hasse diese Bootskämpfe. Das gibt nichts mehr. Aber da steht 20... Nein, sind die hier 22. Wurde auf dem Schiff drauf. Auch wenn ich hatte sie fast... Gut, ich wäre auch fast weg gewesen. Aber es wäre mir egal gewesen. Aber... Neeeehhh... Für das zweite Mal heute, dass hier was schief geht. Gut Leute eben... Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau tschau! Bis zum nächsten Mal.